Musik Herzlich Willkommen im Lackierzentrum Dietrich in Heiligenstadt an der Bundesstraße 80. Unser Aufgabengebiet liegt darin, Fahrzeuge zu lackieren, Kleinigkeiten, Spot Repair, Smart Repair und Aufgaben, die wir erfüllen zur Zufriedenheit des Kunden. Heizkörper im Wohnungsbereich, Küchenfronten, die individuell zu der neuen Küche und zu den Möbeln hergerichtet werden. Diese Dinge werden von uns beschichtet und anschließend lackiert. Auch dieses Modell, ein 36er BMW, wird in Kürze von uns fertiggestellt und dem Kunden dann in neuem Glanz übergeben.